Das Hotel Brizastelke R.I.P. liegt in Varadero in Varadero. 45% der Gäste empfehlen das Hotel weiter. Vergeben wurden von den 140 Bewertenden durchschnittlich 3,7 von 6 Sonnen. Dies deutet darauf hin, dass es an einigen Stellen noch Verbesserungspotenzial bei dem Hotel gibt. Nun die Bewertungen im Detail. Sport- und Unterhaltungsprogramme. Die guten Sport- und Unterhaltungsmöglichkeiten in diesem Hotel sind den Gästen 4,3 von 6 Sonnenwert. Lage und Umgebung. Viele Gäste schätzen die gute Lage des Hotels und vergeben 4,1 von 6 Sonnen. Zimmer. Für die zufriedenstellenden Zimmer in diesem Hotel vergeben die Gäste 3,9 von 6 Sonnen. Service. Im Punkt Service wird das Hotel von den meisten Gästen positiv bewertet. Im Durchschnitt werden 3,9 von 6 Sonnen vergeben. Hotel allgemein. In der Kategorie Hotel allgemein bekommt das Hotel eine mittelmäßige Bewertung. Einige Gäste haben keine Probleme mit dem Zustand und der Sauberkeit des Hotels. Es erhält 3,2 von 6 Sonnen. Gastronomie. Die meisten Gäste sind zufrieden mit der Küche des Hauses, wünschen sich aber an einigen Stellenverbesserungen. Die Wertung für die Gastronomie lautet 3,2 von 6 Sonnen. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.